Peace Freunde, ganz kurz bevor das Video losgeht. Falls ihr auch krasse Boxen, Sleeves oder Matten haben wollt, checkt Sleeve Chief unten in der Beschreibung ab. Erster Link. Wir haben hier einmal die G5 Box, die Pot of Greed Box, O2G Sleeves, Border Sleeves, es gibt mittlerweile auch Aura Sleeves, eine schöne Matte von Sleeve Chief. Die Produkte können natürlich ausverkauft sein, das heißt immer G61 folgen und Sleeve Chief natürlich auch, damit ihr immer die Releases und die Resorts mitkriegt. Jetzt geht es weiter mit dem Video. So, wo war ich einfach? Einfaches, ist das so. Ja, ja. Jokis? Jokis? Zu, zu, zu. Ich mag kein Secret, die Ray-Counter. Ich mag kein Secret. Das ist aber zu much. Das ist für mich zu much. Wenn der Orbitz auf uns dann verlässt, dann ist das eine schöne Auslösung. Dann ist das eine große Herausforderung. Aber ich muss euch mal diese Herausforderung sagen. Dann ist das eine große Herausforderung. Ich habe eine lange Zeit, wenn der Orbitz auf dem Feld ist. Der ist eine große Herausforderung. Das ist ein guter Ort. Vielen Dank. 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 Yeah. Okay, okay. Okay, okay. 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 Können ich... Setter... Das macht er einfach so, ne? Ja, das setzt er einfach so. Also, ich akkisiere das, um ihn zu setten. Hast du, das ist ein Effekt? Ja, kannst du das auch chillen. Von normalen... Ausdassung. H8? Du gekocht. Kannst du dich schon aktivieren? Ja, der sagt ja. Ah... Du kannst... Kannst aber drauf chillen, dass du kannst gleich schlafen. Kannst du chillen? Den kannst du schlafen. So, dann... So... Okay, und... Es gibt ja die... Die dann... Also... Kommt ihr da zu dir zurück? Ja. Ich glaube schon. Dann geht ihr jetzt in Leipzig? Wahrscheinlich. Dann nebst du dabei. Ja. 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 Wie gesagt. Vier zurück schaffeln. Dann neunziehen. Ja. 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 Ich hab... Ja. Eine von euch dieser... Regenschirm, der hier vorne hängt. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Dein Problem. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob der in deinem Bench oder in meinem Bench ist. Das ist eine gute Frage. 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 Ich habe... Ich habe... Ich habe hier... Ich habe... 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 Ich... Ich habe... 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 Target Rudow-Anchor Du lässt mich echt keine Reign Graves schicken, Digga Das war der zweite, ne? Ja, stimmt Ich denke, das ist gut Endfest Shizuku Und aus Nur einen aus dem Deckel-Upgrade Reset Detekt? Ja Das ist die IP-Trash Ich mach den links auch Perfekt Aber wir haben schon so gut So, äh... Schaffst du das kurz nicht? Äh, nein Würde ich übernehmen? Nee, weil... Ja, ja, nein, nein Genau Die anderen kann noch rein Ja, genau Die anderen kann noch rein Die anderen kann noch rein Ja, bitte Mal jetzt noch rein Ne? Das ist scheinlich Nein, das ist scheinlich Aber das ist ein Begriff Nun soll ich mein Und jetzt kann ich noch mal Brache Target engage Target engage So, aber jetzt Kannst du nochmal zuziehen? Hm? Oder nicht, gar nicht Ja Achso, dann machen wir das jetzt In der letzten Phase 1,5 Angriff Ja Bis bei 6,5 Ja 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 Schatz, ich muss die Impul nicht setten Scheiß drauf, Digga Ja 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 Ich hab ja Landface noch Ja Ja Sehr schönes Zeug Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Wow. Wow. Okay. 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 Ich weiß nicht, dass ich contacte. Dann packen wir das. Dann packen wir das. Gibt es ein Spiel? Wenn du zum Beispiel Kagari sprechen willst, die Trap aktivierst. Wer der Effekt nicht geht? Nein, der geht dann durch, aber weiter. Aber nur bis zum Ende des Spiels? Oder ganz durch? Du kannst kein Kagari machen sozusagen. Dann... Main? Ja. Target Engage. Schweren Impos. Macht ihr. Das Verschluss mit. Okay. Dann... Hast du noch was? Kannst du machen. Das macht du. Der kann jetzt mal den Bucke-Milch-Aller-Laboratorien. Also kann jetzt wirklich Bucke. Bucke? Ja, okay. Engage. Der Drone muss mir jetzt in den Arsch stoppen. Einregiert hier recht. Aber das ist halt auch so. Aber das ist halt auch so. Die Leute kommen da. Das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Ach ja. Das ist ja auch so. Wie wollen wir machen? Ja, ist... Effekt Target... Du weißt... Ich vergesse mich noch. Dass er poppt. Auch wenn er das Spiel verletzt. Nein, wenn er das Spiel verletzt nicht. Ja, Target ihn um bis zu deiner Endphase zu banishen. Das ist ja so. Also... Ne. 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 Ich habe den Existenz gekauft, aber ich habe ihn übernommen. Ja, das ist ... ... ein bisschen ... Eine Minute ... Scheiße ... Der kann nicht getagten ... Wenn er nicht zu schüttelt ... ... soll ich davon bin ... Ja, einfach ... Die von der 400 ... Der 2 ... Ich dachte, der bei jetzt seinen Artikel zu stehen ... Warum? Nein ... Der Niggi hat ... Bra ... Oh ... Ist das so oder so ... Okay, ich hoffe, wir fahren wir ... Mach noch Manifest mal jetzt Auch Manifest ... Blau ... Ich wollte irgendwie die Dings poppen ... Ich wollte irgendwie seine Dings poppen ... Und gleichzeitig seine Ray aus dem Grave nehmen ... Geht nicht ... Was ich machen müsste ... Ich hätte gar nicht angreifen sollen ... Der kommt zurück ... Dann ... Ich pop deine Dings ... Deine ... Shizuku ... Und danach ... Hätte ich ... Deine Ray auf meinem Feld ... Dann ... Hättest du theoretisch ... Topdecken müssen ... Also ... Hättest du Ray-Axis haben müssen ... Letzte Karte ... Turbulence ... Dann kam ich ... Ja, ja ... Ich hätte mich ... Die Röse ... Ich hätte mich ... Die Röse ... Ich hab die Ash gegeiert ... Ja ... Du hast die Ash behalten ... Die ganze Zeit ... Du hast auch keine Möglichkeit ... Aber ich war ... Dings ... Der Bester Bait ... Ja ... War der Bester Bait ... Jetzt sind die ... Was heißt Bait ... Ich hab die getoppt ... Ich hättest du nicht gehabt ... Ich hab die getoppt ... Ich hab das getoppt ... Sie waren ein bisschen Bait ... Weil er Hydrant hat ... Ich hatte Hydrant ... Ja, ja ... Das meine ich ... Hydrant hat sie auf der Hand ... Aber du musst das ... Vielleicht hättest du ... Wenn du das durchlässt ... Das ist ganz schlimm ... Weil ich auch noch ... Den extra Drawer kriege ... Und ... Wenn ich Emergence hab ... Kann ich halt die ganze Zeit ... Deine ... Dings Protect ... Und geben sozusagen ... Das holt halt vorher ... Die Sachen raus ... Ja ...